Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch eigentlich geht's gut, ihr seid alle bisher gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 16.500 US-Dollar. Es ging nochmal einen ordentlichen Satz nach unten. Die 15.400 US-Dollar haben erst einmal gehalten. Wir schauen uns weitere möglichen Nachkauf-Level an. Wo könnte ein potenzieller Boden sein? Also wie gesagt, wir werden hier jetzt wenig über Trade-Setups reden. Klar, wir können uns das angucken, aber ich werde weiterhin mit den Signalen etwas vorsichtig sein. Einfach aufgrund der Marktsituation, aufgrund des Videos gestern. Apropos Video gestern, vielen, vielen Dank für die Resonanz, die ich im Endeffekt hier unten drauf bekommen habe. Hat mich riesig gefreut, es zu lesen. War wirklich mal was anderes vom Video-Inhalt her, aber es war mir im Endeffekt einfach auch wichtig. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und bevor wir jetzt starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Wenn ihr einfach ein bisschen Bock auf Austausch habt, doch ein bisschen ein paar mehr Trade-Setups und Fragen etc. Kommt gerne unten rein. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, starten wir durch. Wie gesagt, 16.500 US-Dollar. Heute stehen noch zwei wichtige Ereignisse an. Und zwar einerseits natürlich die CPI-Daten, die jetzt heute im Laufe des Tages um 14.30 Uhr kommen. Wir gehen übrigens live. Um 14.15 Uhr werden wir den ersten Livestream machen. Und natürlich heute Abend ganz normal um 19 Uhr der Livestream. Schauen wir uns das alles mal in Ruhe an, gucken, was das im Endeffekt für Auswirkungen hat. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir niedrigere Inflationsdaten haben. Warum? Keine Ahnung, ist einfach so ein Gefühl. Und weil wir einfach im Endeffekt zu viel Inflation hatten für die Preissteigerung, die jetzt im Endeffekt zuletzt irgendwie noch da überhaupt reingespielt haben. Deswegen, ich bin der Meinung, es geht runter. Aber gut, das werden wir sehen. Und natürlich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kommen auch noch. Ja. Jetzt zurück zum Bitcoin-Chart. Wie gesagt, auf den 1-Stunden-Chart momentan 16.600 US-Dollar knapp. Wir kämpfen hier mit dem 0.236er FIP-Level. Momentan sollten die CPI-Dollar natürlich absolut bullish sein, beziehungsweise positiv sein, wäre hier wirklich so eine kleine Erholungsrallye, zumindest mal in dem Bereich der 18.6 bis 18.850, wo das Golden Pocket liegt, erst einmal drinnen. Möchte ich jetzt aber auch nicht zu viel Hoffnung schüren, weil im Endeffekt, wir sind momentan zwar in einer riesigen Supportzone. Ich zeige euch das mal ganz kurz auf dem Daily-Timeframe. Und zwar resultiert die noch hier aus dem 8. November 2020, also fast genau zwei Jahre her. Im Endeffekt befinden wir uns jetzt da, wo wir jetzt sind. Danach haben wir erst einmal ein bisschen, gar keine Luft mehr, bis ungefähr 14.000 US-Dollar. Und weil ich es jetzt auch schon öfters gehört habe, ja, 12.000 potenzieller Boden. Ja, gehe ich eindeutig mit. Die 12K sind absolut interessant aufgrund dieses Voids hier. Ihr seht hier diesen Anstieg, das haben wir so oft abgesprochen in den Livestreams, immer wieder darauf hingewiesen. 12.8 bis ungefähr 12.1, das ist die Zone, wo noch ein Void offen ist. Das heißt, eine Ineffizienz, eine sehr, sehr große Ineffizienz sogar. Die könnten wir auf jeden Fall noch füllen. Und das ist auch wirklich die letzte grüne Box, wo ich momentan zumindest zum Nachkaufen in Erwägung ziehe. Erste war hier, zweite wird hier unten bei 13.9 sein und die dritte zwischen 12.8 und 12.000 US-Dollar. Aber deswegen abschreiben würde ich es auf jeden Fall noch nicht. Und darauf müsst ihr euch auch weiterhin gefasst machen, dass es einfach nochmal einen ordentlichen Satz nach unten geben könnte. Trotzdem, wir haben jetzt erst einmal hier ein bisschen Support gefunden. Eine kleine Erholung nach dieser ganzen News-Scheiße, die im Endeffekt die letzten Tage passiert ist, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. FTX, Pleite ist jetzt durch. CZ hat gestern, war es gestern oder heute Nacht, auf jeden Fall noch dazu gesagt, FTX wird nicht übernommen. Jetzt hat sich der Trunk-Gründer mit eingeschaltet und hat gemeint, okay, vielleicht gibt es da Möglichkeiten, den Usern zumindest wenigstens ihr Geld wieder zu geben, beziehungsweise an Lösungen zu arbeiten, würde ich den Leuten einfach nur wünschen, weil wirklich viele da Kohle verloren haben. Aber die News sind jetzt im Endeffekt fix. Es gibt jetzt nichts mehr, was im Endeffekt da noch einen draufsetzen könnte, außer USDT oder sowas, ist es D-Packt oder sonst was. Das könnte noch kommen, will ich jetzt aber auch nicht zu viel Panik verbreiten, aber da gab es gestern schon wieder so ein bisschen. Aber gut, es ist klar, umso mehr FUT, umso mehr FUT, umso mehr FUT, da sitzt immer noch mal einer oben drauf. Darf man natürlich nicht unterschätzen, deswegen sind die 12k auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen. Außerdem, was ich auch gerade auf Twitter gelesen habe, die Miner, was machen jetzt im Endeffekt die Miner? Werden die jetzt abschalten und so, das könnte jetzt das nächste kommen, Hashrate und sowas, können wir uns alles gerne heute Abend mal im Livestream angucken, wie sich das ein bisschen jetzt Auswirkungen haben könnte. Natürlich, Bitcoin jetzt nochmal deutlich, deutlicher Abverkauf, Hashrate und sowas war ja sowieso schon auf einem All-Time-High jeden Tag. Also es könnte noch ordentlich, ordentlich Bewegung reinbringen. Aber ich sage jetzt mal kurzfristig, möglich, dass wir uns jetzt erstmal so eine kleine Bodenbildung vielleicht erstmal fortsetzen. Was für mich wichtig war, was ich aber auch schon die ganze Zeit dazu gesagt habe, dafür gehen wir aber auch nochmal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart, ist, dass das Volumen etwas am Abnehmen ist. Also klar, dass solche Wicks gefüllt werden, das ist immer klar. Das war bis jetzt immer so, dass diese Wicks aufgrund einfach der Liquidität, die da drunter liegt, wieder gefüllt werden. Das haben wir bei den 7.5 gesagt, das hat ein bisschen gedauert, 4 Monate, 5 Monate, wurde jetzt gefüllt. Das war klar, dass es relativ zeitnah gefüllt wurde, wurde jetzt gefüllt. Und da ist es halt dann interessant, ihr seht, die letzte rote Candle hatten noch sehr, sehr viel Volumen und alle Bike-Candles danach erst einmal deutlich weniger. Und sowas möchten wir eventuell sehen. Wünschenswerterweise, dass wir jetzt vielleicht noch so einen kleinen doppelten Boden reinkriegen, aber das ist wie gesagt alles Spekulationssache. Aber bis, ich sage jetzt mal, 18k wäre so das erste Ziel. Best Case wäre momentan die 18.9, also 18.8 bis 18.9. Und dann würde ich mir sogar langsam wieder überlegen, hier in Trades reinzugehen. Wie gesagt, ich werde mich zu meinen Trades hier momentan offen sehen, erst einmal nicht äußern. Hat einfach den Aspekt, ich habe eine Verantwortung gegenüber euch. Und da möchte ich einfach nicht, dass ihr jetzt sagt, oh, er ist drin, dann gehe ich jetzt vielleicht auch rein. Will ich einfach nicht, deswegen hier ein bisschen bedeckt halten. Aber ich sage mal so, sollte sich das jetzt alles ein bisschen stabilisieren, jetzt hier erst einmal. Und wir kommen hier hoch, kann man wirklich über einen Short möglicherweise nachdenken. Aber wie gesagt, das werde ich dann in der Telegram-Gruppe und sowas nochmal ein bisschen ausführlicher auf jeden Fall sagen. Aber momentan sind mir die Phasen hier, um öffentlich jetzt irgendwie Posts zu machen, ein bisschen einfach zu krass, damit ich hier irgendwelche Leute in Positionen reinkriege. Also wie gesagt, das ist jetzt erstmal vorbei, bis sich das alles ein bisschen gesetzt hat. Aber die 18.6, wie gesagt, hier oben das Golden Pocket, ist die erste große Marke, wo man dann wieder über das Traden möglicherweise nachdenken könnte und dann auch möglicherweise ein Short-Entry reinsetzen könnte. Das zumindest auf dem 1-Stunden-Chart, auf dem 4-Stunden-Chart gibt es da momentan sehr wenig. Was im Endeffekt jetzt hier nochmal für größere Abverkäufe erstmal mal spricht. Klar, es war alles News gedeckt. Wir haben keine Supply-Zone nach oben, also es könnte schon relativ zeitnah wieder alles nach oben hin gefüllt werden. Einfach um nochmal so ein bisschen Hopium reinzubringen. Und dann vielleicht nochmal die aller, aller, allerletzte Welle nach unten hin. Spot kaufen tue ich auf jeden Fall die ganze Zeit schon immer mal ein bisschen. Wie gesagt, dafür sind ja diese grünen Kaufzonen und daran werde ich mich auch halten. Dann schauen wir uns mal ganz kurz noch Ethereum an. Ethereum, im Endeffekt haben wir gestern drüber gesprochen, dieser Bereich. 1117 waren es glaube ich hier oben, einerseits das Ding bis hier runter. Das ist so im Endeffekt die große Kaufzone, wurde dann im Endeffekt auch hier wieder gefüllt. Geht aber grundsätzlich bis hier runter, bis zu diesen 1000 US-Dollar. Haben wir ja gestern drüber gesprochen. Die bleibt weiterhin, also auch hier Kaufzone wieder getroffen. Meine Ethereum-Position ein bisschen vergrößert. Dafür sind die Kaufzonen. Und weiterhin verwunderlich ist einfach, dass wir keine Lower Lows fast bei den Altcoins sehen. Also es ist schon wirklich suspekt, dass wir bei Bitcoin einfach mal auf 15,5 fallen. und Ethereum, Cardano und alle anderen Kryptowährungen teilweise überhaupt nichts passiert. Also es ist wirklich sehr, sehr strange. Muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ja, aber wie gesagt, erste Kaufzone. Die zweite wäre dann nochmal hier unten bei ungefähr 900 US-Dollar. Kurzer Blick auf Polkadot. Auch hier Kaufzone wieder nach oben erreicht. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ineffizienz gefüllt. Und eigentlich auch perfekt. Also man könnte ja wirklich unterstellen, dass dieser ganze Abverkauf jetzt einfach mal komplette Manipulation ist. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Weil jetzt zeige ich euch nochmal was, was ich persönlich sehr, sehr krass fand. War Luna Classic. Komplett einfach hier in die Ineffizienz rein. Die grüne Box. Ich weiß nicht, wie lange, wie viele Wochen, Monate wir die jetzt schon offen haben hier. Aber genau hier rein. Es ist wirklich suspekt, wenn man sich das alles mal so vor Augen führt im Endeffekt. Dann, was haben wir denn noch? Ich glaube, Cardano habe ich ja vorhin in die Gruppe geschickt. Müssen wir aber, glaube ich, einen Lockchart machen. Ja, genau. Auf dem Lockchart im Endeffekt auch hier wieder perfektes Falling Wedge angetestet. Also von der Gesamtstruktur, vor allem auch bei den Altcoins, hat sich technisch gesehen wenig getan. Wir sind weiterhin bei, ich sage jetzt mal, 90% in so einem Falling Wedge, in einem Downtrend, der wieder bestätigt wurde. Also es ist wirklich alles sehr, sehr strange. Mensch, wie gesagt, viele Positionen mussten wir nicht nachkaufen, weil ich euch da ja schon gesagt habe, okay, die ganzen Altcoin-Update-Videos, die wir gedreht haben, sind noch aktuell. Viele Kaufzonen wurden noch nicht mehr erreicht, wo wir damals eingekauft haben. Deswegen mache ich mir da momentan überhaupt keinen Stress. Die werden wahrscheinlich dann wirklich erst wieder interessant, sollten wir Bitcoin bei 12k sehen. Dann, gut, dann sind die Altcoins nochmal deutlich, deutlich tiefer. Das ist nochmal eine Option. Aber momentan kaufe ich erstaunlich wenig Altcoins, obwohl man nach so einem Dump normalerweise sagen würde, boah, man müsste jetzt tief und fest sich in Altcoins eindecken. Ja, scheint nicht so zu sein. Dann, kleiner Hinweis noch zu Solana. Wie gesagt, da wurde ja jetzt auch sehr, sehr viel Gerüchte bekannt gegeben, sage ich jetzt einfach mal. FTX steckt tief drin. Heute werden, boah, keine Ahnung, wie viele Millionen Solana aus dem Staking entlassen. Das heißt, es könnte zu einem erneuten Abverkauf führen. Also Solana wurde ich auch echt oft gestern gefragt. Ja, was mache ich jetzt mit meiner Solana-Position? Im Endeffekt, ja, sie haben eine Google-Partnerschaft. Das könnte denen vielleicht den Arsch retten im Endeffekt. Vielleicht denken sie auch nochmal über ihr ganzes Projekt nach und versuchen jetzt daran zu arbeiten. Das ist, sage ich mal, die Endzone. Die haben wir auch schon drin gehabt. 12, 31 bis 15 Dollar war die Endzone für Solana. Beziehungsweise hier diese Daily Demand-Zone, was immer, ja, Daily Chart. Das ist die Endzone gewesen, wo Support rein hätte kommen müssen. Ansonsten wäre es deutlich, deutlich tiefer gewesen. Dann wären wir irgendwo hier unten bei 6 Dollar wahrscheinlich gelandet, irgendwo in diesem Bereich. Also momentan, sage ich mal, hält der Support noch. Es sieht gut aus trotzdem. Ich würde es aber auch nicht raten zu verkaufen. Ganz ehrlich, bei manchen Leuten, klar, es geht bei manchen Leuten um viel Geld. Aber ich weiß nicht, wenn, dann würde ich sogar daran festhalten. Also ich habe mir da jetzt auch viel Gedanken drüber gemacht. Ich bin zwar nicht in Solana investiert. Ihr wisst, ich habe genau einen Solana. Den werde ich nicht verkaufen. Den werde ich in Ehren halten. Aber ich weiß nicht. Also die Chance ist, dass wir uns auf jeden Fall diese Ineffizienz auf Tagesbasis auf jeden Fall früher oder später nochmal holen. Die Frage ist nur, wann? Würde bis 26. Und wenn da viele haben vielleicht da ihren Entry oder sowas, dann kann man immer noch überlegen, ey, ich gehe jetzt auf Entry raus. War ein Versuch wert, aber dann würde ich es auch lassen wiederum. Aber momentan, wie gesagt, ist alles zu volatil. Viele Altcoins, wie gesagt, haben noch nicht mal ihren Lows erreicht. Auch hier, Beispiel Litecoin, haben wir so oft drüber gesprochen. Wieder in dieser grünen Kaufbox gelandet und fertig. Aber die haben wir ja schon seit Monaten besprochen. Das bringt jetzt nicht hier nochmal ein Video zu machen. Ey, hier kaufe ich jetzt Altcoins, weil im Endeffekt sind die Videos von vor drei Monaten immer noch aktuell. Ist ein bisschen wirklich verwunderlich. Klingt krass. Aber gut. Was ich euch nochmal zeigen würde, ist einfach ganz kurz, ja, vielleicht passt das doch ein bisschen. Nicht Spaß. Binance Bitcoin Chart. Also wir sind hier auf 15.570, passt mit Bybit. Bei FTX waren wir eben nicht so weit. Also momentan würde ich euch raten, ein bisschen mehr auf Binance die Charts zu gucken. Aber auch hier, ganz ehrlich, es ist irgendwie ein Musterbeispiel. Wir haben ja auch hier unser Falling Wedge schon ewig, ewig drin. Und auch hier im Endeffekt perfekter Retest wieder mit einem kurzen Washout nach unten hin. Was will man dazu noch sagen? Und ich glaube mit diesen Schlussworten lasse ich euch dann auch erstmal allein bis 14.15 Uhr zum Livestream. Ich freue mich drauf. Bis dahin, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Wenn ihr es noch nicht getan habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Wir hören uns dann spätestens heute Mittag und dann heute Abend zum Livestream wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto. Stay Crypto.